Jetzt haben wir es geschafft. Der erste Viererblock ist weg. Merch von uns? Ja, weiß ich nicht. Ach so. Bleib im Getriebsinternat. Wir sind jetzt hier der Rest vom Gefecht. Alle anderen sind schon weg. Rob ist schon weg. Der Sascha ist weg. Alle sind weg. Die Weiß-Jungs sind weg. Wir treffen uns jetzt beim nächsten, ja, vierten Block in 14 Tagen. Wenn wir weiter gehts weiter. Der Matthias ist da. Ich guck jetzt hier erstmal noch Football. Weil das Spiel konnte ich nicht gucken. Ich habe eigentlich mit Sascha abgemacht, dass ich mir meinen Laptop neben meinen Verstärker lege. Das heißt, wenn wer ihm mal ein, zwei Sätze mehr erzählt, kann ich das Spiel gucken. Aber die WLAN hat leider nicht funktioniert, das muss ich jetzt gucken. Da hat der Bernie sich kurz gehalten. Konnte er nicht gucken. Aber... Philosophieabend im Turbos. Jetzt geht die Post ab hier. Philosophiert. Hast du was zu sagen? Ich habe es schon gebrochen. Der Korken ist gebrochen. Der Wein schmeckt daher bitter. Das heißt, es gibt Gewitter. Du bist ja bald wieder zu Hause, Harry. Du bist ja bald wieder zu Hause. Oh, oh, oh. Ihr seht doch die Post ab hier. Ich kenne das auch. Vitamine. Oh, der U-Rat hat schon in den Pizzen ab. Ja, ist jetzt ziemlich Nightliner. So mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen. Ist schon lustig. Wir trinken jetzt hier Schiff und Wein. Und freuen uns jetzt mal auf zu Hause und dann jetzt in 14 Tagen weiter mit Konzerten in Augsburg. Betreten wir auf. Augsburg, Alpstadt, Hamburg, Saarbrücke. Da haben wir einen hohen Norden. Genau. Das ist so lange Hose einfach. Oh ja, könnte passieren. Aber jetzt eigentlich nur, dass die eigene Poste so heiß wird. Ja, Gott sei Dank. Oh, ey, guck mal, ey. Der ist ja ein Hühner, der kann ruhig. Genau. Genau. Wir denken es nicht. Nein. Das ist nur vegetarisch. Das ist doch zum Kotzen, oder? Heute im Backstage nur vegetarisches Zeug. Da waren da so kleine Hundekörtel drin. Da hat man mir gesagt, das wäre Tofu. Da habe ich mir gesagt, Tofu, wo wächst das? Ist das nur natürlich? Wächst das am Baum? Kann man das ernten? Tofu? Das wird auch Soja gemacht, oder nicht? Ja. Das wird auch Soja gewonnen. Und seitdem wir einen Vegetarier in der Band haben, gucken wir ganz schön in die Röhre. Ja. Keine Wiese über Tofu, weil das wäre geschmecklos. Oh, Uwe! Oh! Hast du das noch mal erzählt, Charlie? Was soll das noch machen gerade? Was? Nein, es war über Kinder. Nee, das kann ich nicht. Ich hatte gesagt, ihr Sohn geht jetzt zur Sonderschule. Wäre super, wenn er das Zeug dazu hat. So bescheid, tschüsschen, das wird jetzt blöd.